Wie oft ist es so, dass wir glauben, was uns entspannt und es im Alltag kaum wahrnimmt? Es gibt diesen Urlaubsmoment, es gibt das Wochenend-Feeling. Kannst du das in deinen Alltag integrieren bzw. gar keine Grenzen mehr haben? Ich habe mal vor ein paar Wochen einen Post gemacht, der hieß, Work-Life-Integration ist wie Fahrradfahren. Es sind zwei Pedalen, es ist deine Arbeit und dein Leben und es kannst du nie voneinander trennen. Auch wenn die Pedalen rechts und links sind, musst du beide gut treten, um gleichmäßig zu deinem Ziel zu kommen. Und ich freue mich, wenn du durch dein Leben radelst mit freudiger Energie und viel, viel Spaß.